Es ist natürlich schön mit so einem Spiel zur Nationalmannschaft zu fahren. Noch lieber hätte ich gewonnen. Sollte nicht sein, aber jetzt freue ich mich einfach auf die acht Tage bei der Nationalmannschaft. Robert Enke mit einer starken Leistung. Vielleicht wird er ja mit einem Einsatz in der Nationalelf belohnt. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017